der gleichstand nur nur aus dem kreis die 5 ganz von mir wenn ich jetzt weil er einen raus macht und ich den Punkt nicht kriege hab ich verloren ihr wisst dass das noch sich nur noch im Jahrzehnte handeln kann bis das passt aber ihr wolltet es so haben ihr wolltet es so haben ich bin dran und damit ist fertig ich bin dran ich bin dran ich bin dran alles klar gewonnen ja ja gewonnen ich bin dran ich bin dran ich bin dran ich bin dran das das ja und das egal wir könnten was versuchen Ich habe etwas anderes gehofft. Ich bin dran. Vielleicht kriegt man das ja jetzt an den. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Jetzt vermisst du dann wieder mit raus. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Vor allem hab ich nur ganz vorsichtig, aber dem seiner geht auch mit raus, dann krieg ich den Punkt. Ja, nichts verloren. Wir hätten jetzt schon ein paar, die wir da sein können. Sieh genau hin. Ja, ich guck genau hin, dass du den rausschießt und deine Auge wieder rausfällt. Komm, 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 noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, sei so gut. Nein, verdammt. Ja, dafür rollt mein, zwei, vier, sechs, ne, mein guter Liegen. Bleib nie, bleib nie, ich muss noch einen Bub machen. Sieh genau hin. Ja. Ich brauche noch einen verdammten Punkt, ich brauche nur noch einen verdammten Punkt. Geht genau mit durch. Na, aus dem Kreis. Verdammt. Ich seh, jetzt komm, ich verliere wieder. Obwohl, warte. Wir könnten jetzt den Sack dicht machen. Und den wir den hier nehmen. So schräg. Na, ich hole ihn wieder raus. Nee, also meiner bleibt tatsächlich drinnen liegen, aber genau auf der anderen Seite. Ich hoffe jetzt einfach, dass er, wenn er die nächste Kugel raus macht, seine gelbe mit rausbefördert und nicht dadurch gewonnen hat. Ich bin dran. Das könnte sogar klappen. Die ist raus. Und die ist... Auch raus. Jawohl. Ich hab gewonnen. Juhu. Einmal. Von. Dreimal. Pfui, das war ein tolles Spiel. Was ist noch lächerlicher als zwei Hufflepuffs, die mit einem Wesen rückwärts fliegen? Ein Grifton-Dollar-Gridid spielst. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich in Folge gegen den bin. Nach Hogwarts werde ich im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist das wirklich schwierig. Ich bin ein dummer Puder. Ich spiele Koboldstein. Spielst du mit? Okay, spielen wir. Möchtest du traditionelles Koboldstein spielen? Du musst die anderen Steine mit deinem aus dem Kreis schlagen. Wenn deine Koboldsteine aus dem Kreis fliegen, gehst du leer aus. Legen wir los. Ja. Noch zweimal. Ich muss wieder anfangen, ne? Okay, einmal volle Kanne rein. Einmal volle Kanne rein. Sieh genau hin! Nein, ich mag nicht. Ich will das so verlierst. Damit das Elend für die Zuschauer endlich ein Ende hat. So, warte mal. Wir können das jetzt, wir probieren das jetzt wieder. Ah, vielleicht kommt ein Stück, wenigstens eine raus. Mehrere wären natürlich richtig geil. Aber... Sieh genau hin! Man kann ja nicht alles sammeln. Ja, das sieht man mal, wie wenig Unterschiede eigentlich der Zaubererwelt in die normale Welt haben. Auch Muggelkinder spielen sowas. Mit Murmeln. Sieh genau hin! Hatte von jemand euch... Hatte jemand von euch Murmeln? Ja, es ist kommend, ich verliere es. Komm, Murmeln, roll raus! Roll raus, roll raus, roll raus, roll raus, roll raus, roll raus. Oh, Pech gehabt, verdammt! Oh, Pech gehabt, verdammt! Jetzt räumt er ja ab, ey. Jetzt will er es wissen. Zwei, vier Stück schon, ich hab keine einen draußen. Na, komm schon! Okay, der geht jetzt aber mal raus. Sieh genau hin! Ich hab bei einigen Steinen jetzt die Chance, dass seiner mit rausfliegt. Komm, noch ein Stück, 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 noch ein Stück. wieder voll daneben aus dem kreis naja das verlier ich jetzt mal haus hoch 245 ich müsste jetzt alle steine raushauen sie genau hin Ja, hurra. So, vier, sechs, sieben. Ich hoffe, ich muss nur sieben Runden in Folge gehen. Ja, ja, ich hoffe, ich muss nur sieben, äh, drei Runden in Folge gehen. Gewonnen! Ich spiele Koboldstein. Spielst du mit? Okay, spielen wir. Deine Koboldsteine müssen im Kreis landen. Na los, spielen wir. Ja, 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 ja. Ich hoffe, wie gesagt, wir müssen nicht dreimal in Folge gewinnen, sonst, äh, schafft man das nie. Warum müssen eigentlich immer wir empfangen, ey? Das ist doch voll ziel. Ich bin dran. Na, dann mach das. Und der ist ein Punkt für mich. Dankeschön, Dankeschön. Thank you very much. Und der hat jetzt hier voll keine Wein. Und das bringt uns gar nichts. Also, außer dass wir die ein bisschen streuen, aber wir liegen vorne. Das war noch ein Punkt, aber hey, vorne liegt es vorne. So, hier spielen wir jetzt mal den, oder? Boah, Kugel, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Sieh genau hin! Na, das hat er schön gemacht. Muss ich mal echt sagen. Aber ich bin immer noch ein Punkt vorne. Ja, jetzt nicht mehr. Warum? Ja, das ist, wenn man angibt und rum... Okay. Das gibt's doch nicht. Na, aus dem Kreis! Ja, komm jetzt, äh. Ja, lieber plötzlich zwei Dinger hin. Ach, das ist doch so kotzen. Ich bin der schlechteste Kobold-Steinspieler, der ins Geburtstag ist. Sieh genau hin! Ich guck hin, sobald du deinen rausspielst mit. Jawoll. Punkt für mich. Von den drei Punkten, die ich habe, hab nur einen einzigen Punkt, ich mir selber zu verdanken. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen! Das ist der Ausgleich, wenn du jetzt liegen bleibst, jetzt! Sieh genau hin! Ich will nicht wissen, wie lange wir das schon wieder machen. Ich bin schon wieder locker eine halbe Stunde. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ihr wolltet 100%! Also, damit müsst ihr jetzt leben! Ja! Ja!